und damit herzlich willkommen zum ersten vlog von daheim ja von zu hause man sieht hier in meinem hintergrund man sieht nichts mehr hat den ganz einfachen grund wir haben umgeräumt und zwar mega mäßig den schreibtisch gedreht der esstisch kommt raus da kommt neuer hin und das sofa umgestellt und schränke umgestellt und alles so und dann dementsprechend bin ich auch ein bisschen verwuschelt aber ich habe gedacht komm jetzt hast du gerade zeit und hast gerade ein bisschen ruhe dann kannst du auch nebenbei ein vlog machen ja heute geht es ganz konkret und auch nicht so lange um sie zwei denn ich habe mir mal die wünsche aus dem live stream angeschaut und das ist im moment ein bisschen blöd hatte gedacht okay komm drehst du ein bisschen um sie und du gehst ja jetzt auch wieder mit facecam und ich bin ja mittlerweile wieder gesund und dann können wir das ja auch alles machen und dann dachte ich okay guckste mal in die wünsche aus dem live stream so gesagt getan jetzt ist da aus dem letzten live stream so ganz ganz viel freifurt und ja berlin x 10 war noch dabei das haben wir aber alles schon gehabt deswegen müssen wir so ein bisschen improvisieren oder anders gesagt ich könnte improvisieren finde ich aber blöd weil ich habe im moment oder jetzt gerade und heute überhaupt gar keine idee was ich fahren könnte zu dem ich heute so ein bisschen unter zeitdruck stehe heute ist definitiv früh schlafen angesagt morgen wichtiges personalgespräch es geht um meinen arbeitsvertrag der ja eigentlich ende 2018 auslaufen soll und ja morgen finden gespräche statt zwecks entfristung das heißt wenn alles gut geht kann ich euch vielleicht schon im nächsten oder im übernächsten wie log positive nachrichten darüber bringen dann wäre ich auf ewig im öffentlichen dienst fände ich natürlich ultra geil aber muss man mal gucken liegt auf der einen seite natürlich in meiner hand und auf der anderen seite natürlich in der hand des arbeitgebers aber gut ist jetzt eher zweitrangig worauf ich hinaus will ist schreibt unter diesen hier unter den da da unten in die kommentare schreibt da eure wünsche rein für um sie zwei dann habe ich die so ein bisschen gesammelt und muss jetzt nicht wieder alle älteren kommentare durchwühlen einfach drunter knallen hashtag wunsch bus map linie oder auch nur bus und map und linie egal oder map und linie und bus egal nur tut mir eingefallen nicht wieder freifurt oder berlin x10 und keine linien die so ultra unmöglich sind ich habe jetzt so oft gelesen agg 300 da agg 300 hier und bla und blub das ist blöd weil da macht dieses ganze wunschformat irgendwann keinen spaß mehr wenn da nur noch müll bei rumkommt deswegen mal ein bisschen weniger müll und ein bisschen mehr interessante wünsche auch gerne herausforderungen eine solo linie mal mit einem gelenk bus oder so das kann man machen gut jetzt nicht gerade blankwitz die 28 mit dem gelenk bus das haben wir im 500 abonnenten special stream gehabt den ich übrigens auch noch schneiden muss wo es mir gerade einfällt ich muss auch die anderen streams noch schneiden werde ich jetzt die woche über abends machen und dann gucken wir mal ja und auch nicht hier freifurt linie c aber freifurt will ich ja eh nicht dabei haben deswegen eure kommentare zwecks wunsch einfach mal hier unter den vlog packen und dann schauen wir mal ja was gibt es noch aktuell ist wie gesagt man sieht es hinter mir mein schreibtisch hat sich gedreht ihr seht jetzt eine wunderschöne wand da drüber hängt eine uhr die seht ihr nicht aber die kann ich mal holen die ist nämlich cool kann ich mal holen die braucht eh eine neue batterie die habe ich mal durch zufall gefunden tatsächlich die ist geil richtig cool hat gar nicht so viel gekostet ich weiß gar nicht ich glaub zehner oder so bei einem bekannten möbelhaus für das eine blonde prominente dame gerne werbung macht ja bei poko verdammt man die gab es bei poko da die gab es auch irgendwie mit 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 einem kuchen und einer tasse kaffee und sowas gab sie irgendwie auch haa schatten redaktion meine frau danke jetzt habe ich da muss auch eine neue batterie rein jetzt habe ich zwei uhren ähm ja das hat übrigens auch einen vorteil ne oder für manche nachteil ihr seht meine frau nicht mehr wenn die beim live stream oder so heimlich in die küche flitzt ähm wo lege ich die denn jetzt ich lege sie mal auf meinen schoß dass da ist die willst du eine batterie rein tun dann tu bitte eine batterie rein dankeschön später das ist die andere coffee auch voll cool hat glaube ich auch nur ein 10er gekostet die hängt bei uns in der küche die finde ich cool willst du die wieder haben drei drei euro die uhr hat drei euro gekostet echt jetzt die waren im angebot eigentlich fünf okay ich weiß gar nicht ob man die im internet kriegt äh wenn ja die sind also ne schon stabil kann man benutzen so jetzt ja mein sohn ist auf mein sohn ist auf dem weg ins bett der flitzt hier noch durch die küche ja das ist halt äh beim vlog neben hast du da schokolade hast du da schoko boah der hat schokolade ich mag ja keine schokolade ja wir waren eben kurz noch an der tankstelle äh ist ja sonntag montag 1. mai hat ja alles zu um nachher noch was zu trinken geholt und dann äh dass ich schokolade geholt ja das ist jetzt noch geschnappt danach nochmal zähneputzen ja ja ähm wo war ich ach ja bei den uhren also die sind stabil die funktionieren auch die ticken jetzt auch nicht sehr laut also ist ganz angenehm ich find die cool jetzt hab ich meine tasse gar nicht zur hand die hätte ich euch sonst auch nochmal gezeigt äh blö meine frau guckt gerade in den küschenschrank ich glaube die steht in der spülmaschine ja hi hi danke das ist voll gut also wenn ihr mal heiratet ne gut aufpassen dass die nett ist ne so da hier die haben wir im internet bestellt oder meine frau hat die im internet bestellt wenn ich äh rausfinde wo müssen wir mal gucken dann schicke ich euch mal dann äh findet ihr den link in der video beschreibung die ist echt cool also könnt ihr auch so in verschiedenen äh schriften und so die liebe danni äh grüße an der stelle die hat sich auch so eine für sich und für ihren freund machen lassen also die sind echt cool ich hab die auch schon mit im büro gehabt äh ist total lustig die machen spaß wobei ich jetzt äh im büro mehr so die m&m's tassen hab aber gut wie gesagt ähm wünsche einfach hier unten reinpacken damit ich gucken kann was ich davon erfüllen kann und ähm dann gucken wir mal mhm wann ich das äh umsetze was wir jetzt umgesetzt haben project cars haben wir gestern gedreht und weggeschmissen und dann nochmal gedreht bei äh bei andy war der sound mies und bei nick war der sound mies und äh dann haben wir das ganze nochmal gemacht und ich bin und ich bin von natur aus mies genau äh ich bin erster geworden ja also im ersten dreh bin ich dritter geworden weil der andy richtig der andy hat richtig mies geschubst andy an der stelle Arschloch richtig mies geschubst ne und äh das war dann wohl Schicksal dass bei ihm die Aufnahme völlig hinüber war deswegen fand ich das voll geil dass wir das nochmal gedreht haben da bin ich erster geworden der arme nick äh hingegen ist in der ersten Aufnahme erster geworden und äh in der Aufnahme die ihr zu sehen kriegt leider nur zwölfter denn der nick meinte ja er nimmt äh die Traktionskontrolle und ähm das 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 äh äh ja das andere egal werdet da in der Aufnahme hören nimmt er raus äh um es fairer zu machen ja das einzige was er damit gemacht hat ist dass er nur noch Pirouetten gedreht hat äh er nimmt die Traktionskontrolle Stabilisierungsprogramm heißt es genau das äh die Traktionskontrolle und Stabilisierungsprogramm hat er herausgenommen jetzt nimmt er in der nächsten Aufnahme beides wieder rein weil das war schon mies ne aber ich bin erster geworden die KI schön auf 70 gepusht damit wir auch äh ernstzunehmende Gegner haben das hat man auch gemerkt aber war geil hab Bock gemacht verschiedenes Wetter wir nehmen verschiedene Klassen und gucken mal auf welche Schrecken wir uns da so tummeln TTT läuft auch ganz gut Minecraft kommt auch bald wieder ähm ja in diesem Sinne bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen schaut mal auf dem TS vorbei es wird immer voller ich da so auf meinen zweiten Monitor gucke wer ist im Moment alles da SB Design ist da der Chris der Fanfarmer der Nick der Sven LP äh Heideltraut war eben da dann ist äh 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 BLV 1986 heißt er glaube ich der Mario ist öfter mal hier der Daniel R ist öfter mal hier also wir haben auch mittlerweile äh Modder aus der Omsi Szene die sich hier ähm regelmäßig rumtreiben ähm Train Omsi TV wollte noch vorbeikommen der wollte ja mit mir mal ein bisschen übers Dampfen quatschen hier ne über dit hier hui schön ah Banane morgen kommt äh also Dienstag am 2. Mai kommt neuer Stoff ja neue Base und äh neue Aromen da kann ich wieder ein bisschen experimentieren ja wenn ihr das mal sehen wollt dann schreibt das in die Kommentare dann zeige ich euch mal so ein bisschen wie man äh Liquids mischt zu den Geräten selber darf ich euch nicht mehr so viel zeigen zwecks äh Tabakproduktrichtlinie TPD2 und ja ein Hashtag Gesetz halt ne so macht sie nix ja dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als vielen Dank fürs Zuschauen ich freue mich über ein Abo Like und natürlich über eure Kommentare ihr könnt auch Vorschläge für Vlogs machen was ihr sehen wollt worüber wir mal quatschen sollen über wen oder was und über was überhaupt und keine Ahnung ich mich mal so richtig auskotzen soll von wem was wie wo überhaupt ihr meine Meinung mal hören wollt oder auch sehen in die Kommentare packen wir sehen uns beim nächsten Vlog ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss.